Ey yo Pineapple, was geht? Ich hab hier den neuen Cut Fight Vanguard Manga, der achte mittlerweile und ja, wie immer von Akira E2 gezeichnet natürlich, hier vorne mit Ren drauf und weiß ich nicht was das ist, vielleicht Gas Blaster Dragon oder so und auf der Rückseite seine Teammitglieder und der Titel des Mangas Psycholia Zombies und dann schauen wir auch gleich mal rein, was da so drin ist. So, hier natürlich nochmal das komplette Team, schön in Farbe und einige andere schöne farbige Seiten und dann geht's auch gleich da weiter, wo es dem letzten Manga aufgehört hat, mit Ibuki und Takuto, wie sie kämpfen und ja, hier so ein paar kleine Einblicke, was da so aussehen. Und ja, natürlich zu guter Letzt die Karte, die hier enthalten ist. Mal gucken, dass ich's nicht kaputt mache. Und das ist dieses Mal Swordsman of Light Ames. Hier der Effekt. Ist eine altbekannte Karte aus dem Comic Booster, da war die Karte drinne, aber hat hier natürlich für den Manga extra ein neues Artwork bekommen. Ja, ganz coole Sache eigentlich. Und dann würde ich sagen, war's das mit dem Video und dann, ja, bis zum nächsten Video. Ciao.